Willkommen zurück zu einem neuen 5M ESX Tutorial. Da die Nachfrage nach neuen Loading Screens nicht aufhört, zeige ich euch in diesem Video einen weiteren Loading Screen. Und zwar einen Loading Screen von TG Development. Und zwar kann man in diesem Loading Screen Tetris spielen. Dann habt ihr keinen langweiligen Loading Screen mehr, sondern könnt währenddessen alle notwendigen Sachen geladen werden, noch ein bisschen Tetris spielen. Wie immer, wenn ihr keine weitere Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch gerne bei mir im Discord. Der Discord Link steht wie alle anderen Links unten in der Videobeschreibung. Wie immer befinden wir uns hier im CFXRE Forum, klicken hier oben einmal auf den GitHub Link und landen dann im GitHub Repo. Und hier können wir dann einfach oben auf Code gehen, Download Zip. Dann warten wir bis der Download fertig ist und öffnen die Zip da mit Winra zum Beispiel oder einem anderen Extrahierungstool und öffnen parallel dazu einmal unseren Server Ordner. Das ist bei mir hier. Gehen dann hier in Resources, das funktioniert für ESX, QB Core, Standalone. Für alles könnt ihr einen Loading Screen einrichten. Ich mache das jetzt mal hier für Standalone. Und wir kopieren diesen Ordner hier Loading unter Schicht Tetris Game, unter Schicht TG Development Minus Main. Einfach mal in unseren Resources Ordner. Wir nennen den noch um. Ich mache hier dieses Minus Main weg. Und dann kopieren wir uns das mal in die Zwischenablage mit STRG C. Öffnen den Ordner und machen den Ordner mal groß. Dann sehen wir hier eine Readme. Die könnt ihr euch durchlesen. Eine Client.lua. Die können wir mal kurz öffnen mit dem Editor. Verschlüsselt. Ja. Ups. FX Manifest öffnen wir noch mal kurz. Dann sehen wir hier was hier gebraucht wird. Load Screen Cursor. Wir haben einen Load Screen Cursor. Und die notwendigen Files. Ihr seht, ihr könnt im Assets Ordner die Musik ändern. Und auch im Assets Ordner das Hintergrundbild. Das werden wir mal gucken. Assets. Dann habt ihr hier die Musik. Die könnt ihr einfach austauschen mit MP3. Ihr könnt hier euer Logo einsetzen. Die Airways könnt ihr tauschen. Und das Hintergrundbild könnt ihr ebenfalls tauschen. Indem ihr einfach die Dateien hier ersetzt. Ihr müsst nicht viel mehr machen. Hier habt ihr noch die Scripture S. Die für die ganzen Sachen zuständig ist. Also für das Tetris Game zum Beispiel. Für das Abspielen der Musik und so weiter. Und eine Style CSS für den ganzen Style. Wie auch beim letzten Loading Screen Video müssen wir jetzt hier nur sagen. In der Server CFG müssen wir unseren alten Loading Screen entfernen. Und sagen dann Endure Loading-Tetris Game-TG Development. Das ist es schon. Dann können wir den Server starten. Und dann können wir gleich einmal auf den lokalen Server von uns joinen. Und können uns anschauen ob alles funktioniert hat. So das Server ist hochgefahren. Das heißt wir starten einmal 5M. So 5M muss kurz updaten bei mir. Update ist jetzt fertig von 5M. Fast fertig. So und wenn 5M jetzt geschadet ist könnt ihr wie gehabt oben links über den Button auf euren lokalen Server connecten. So hier mache ich mal kurz Vollbild. Dann klicken wir hier Connect to Desktop oder wie euer Desktop halt heißt. Und dann seht ihr hier den Loading Screen. Und ihr könnt Tetris spielen wenn ihr das wollt. Und könnt eure Tasten hier so bewegen. Musik könnt ihr austauschen. Bilder könnt ihr austauschen. Und dann könnt ihr nebenbei noch Tetris spielen. So das wäre es zum Thema Loading Screen. Ich hoffe ihr habt jetzt eine Übersicht. Da es sehr sehr viele verschiedene Loading Screens gibt. Und wenn ihr einfach mal im CFX.de Forum schaut findet ihr natürlich noch sehr sehr viel mehr Loading Screens. Dort könnt ihr dann unter Releases gehen und findet dort einiges mehr. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Ciao.